Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal MartinsWelt. Mein Name ist Martin und ich freue mich, dass du zu mir gefunden hast. Du möchtest wissen, was dich hier erwartet? Das kann ich dir gerne beantworten. Auf meinem Kanal erwarten ich Urbex, Reviews und Real Life Videos. Hin und wieder, wenn es etwas Spannendes zu sehen gibt, kommt auch mal der ein oder andere Vlog. Ich erkunde leidenschaftlich gerne verlassene Gebäude, die sogenannten Lost Places. Diese versuche ich dann meinen Zuschauern möglichst detailliert zu zeigen. In solchen Objekten kann man auch schon mal das ein oder andere Abenteuer erleben. Ich würde mich freuen, wenn du mich auf meinen Touren hier begleiten würdest. Des Weiteren stelle ich auf meinem Kanal die verschiedensten Sachen vor. Wenn du dich also für Gadgets und andere interessante Sachen interessierst, dann bist du hier genau richtig. Es macht mir riesig Spaß, meine Videos zu drehen und zu schneiden. Ich versuche hierbei, meine Zuschauer so gut es mir möglich ist zu unterhalten und hoffentlich in Zukunft auch dich. Wenn du jetzt neugierig geworden bist, schau dich gerne auf meinem Kanal in Ruhe um. Wenn dir mein Content gefällt und du kein weiteres Video von mir verpassen möchtest, würde ich mich auch über ein Abo von dir freuen. Check auch gerne mal die Videobeschreibung, dort findest du alle wichtigen Links zu meinen Social Media Plattformen. Wenn dir das Video gefallen hat, lass gerne einen Daumen nach oben da und abonniere den Kanal. Ich würde mich sehr freuen, wenn du Teil meiner Community werden würdest. Wir sehen uns dann im nächsten Video, bis dahin mach's gut. Ciao. Bis zum nächsten Video, bis zum nächsten Video, bis zum nächsten Mal.